Der große Jugendstil beim FC Energie Cottbus im Spiel gegen den FC Magdeburg setzte Pele Wollitz auf die jungen Wilden. Das, was er zu Saisonbeginn angekündigt hat, sind also keine Worthülsen. Der Trainer des FC Energie Cottbus, Pele Wollitz, macht ernst und setzt auf die Jugend. Im Spiel gegen den 1. FC Magdeburg zum Beispiel mit dabei Nils Miatke, gerade 19 Jahre alt, kommt auch noch aus der Region aus Dachhausen. Für ihn der erste Einsatz bei den Profis und dergleich über 90 Minuten. Und das ist natürlich der Moment, worauf ein junger Spieler die ganze Sommervorbereitung hinarbeitet. Sommervorbereitung für so einen jungen Spieler, das erste Mal bei den Profis sicherlich nicht ganz einfach. Aber hat sich das gelohnt, wenn man dann sieht, plötzlich im ersten Spiel, man ist sogar in der Startelf? Ja klar, es ist natürlich super. Vier Wochen Vorbereitung sind vorbei. Davon war ich ja noch verletzt gewesen. Natürlich nicht damit gerechnet. Darum ist es natürlich umso besser. Davon hat man immer geträumt als Junge, hier bei den Profis mitmachen zu können und dann gleich zu spielen. 90 Minuten, super.